Hallo zusammen, herzlich willkommen hier ihr Mattis. Ich bin Dominik und ich bin Leon und wir zeigen euch heute die Lehre Logistik. Kommt doch mit! Zu den Tätigkeiten eines Logistikers gehören die Annahme und die Kontrolle der Waren. Sämtliche Produkte, die bei uns angeliefert werden, müsse in das System eingebucht werden. Im Fertigwarenlager werden die Produkte gelagert und für medizinische Operationen benötigt werden. Kundenbestellungen werden bei uns im SAP angezeigt. Von dort können wir die Aufträge entgegennehmen und auf unserem MDE-Gerät kommissionieren. Die internationalen Kundenaufträge kann ich am Computer auswählen und aus dem Lager nehmen. Wenn ich einen Kundenauftrag abgeschlossen habe, bringe ich die Ware in den Verpackungsbereich. Dort werden Produkte nach Vorschrift etikettiert und verpackt. Ist ein Kundenauftrag fertig verpackt, wird das Päckchen durch die Bindemaschine gelassen, fädeltiert und ist somit versandbereit. Haben wir dieses Interesse geweckt, dann mach die Lehre bei Matis und profitiere von folgenden Vorteilen. Vom Leistungslohn, von 7 Wochen Ferien im ersten Lehrjahr, von 6 Wochen Ferien im zweiten Lehrjahr und wir liegen direkt am Bahnhof. Bewege mit uns die Zukunft. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.